Musik Siehst du, da sind sie. hallo radefreaks wir haben den tiefsten winter seit überhaupt hier die zeit ich denken kann die 78 79 war noch cooler aber es ist was hatten wir hier bei uns wir wohnen seit 25 jahren hier noch nicht es ist fantastisch ich darf gar nicht so viel über den rasen hier laufen ich gehe mal ein bisschen diese schneeberge sind einfach fantastisch stecke hier richtig tief im schnee drin feinster pulver schnee unglaublich herrlich alles weiß beim nachbarn bei uns alles weiß traumhaft unglaublich ich habe nichts zu filmen heute ich kann euch auch keine neuen videos aus der werkstatt könnte ich was machen habe ich nicht egal ganz kurz und knackig wir genießen hier diese unfassbare schneelandschaft ja 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 das bringt ja meine frau wollte eine eisbahn bauen hier so an unserer kante entlang mit dem drachen hat nicht funktioniert das war nur spaß so freaks wir müssen ein bisschen platz schaffen hier in meiner garage die sowieso schon völlig voll ist weil wir kriegen noch zwei rasenmäher es ist sie ist krass wir kriegen noch zwei rasenmäher die werden heute geliefert für die neue saison ganz was interessantes glanzkleine firma es geht um das thema mulchen sehr spannend sie kommen heute irgendwann im laufe des tages mit den beiden maschinen hier an und deswegen räume ich jetzt hier die garage auf um hier noch irgendwie die maschine unterzubringen mal gucken wie ich das mache und dann werdet ihr irgendwann in den nächsten wochen wenn dann mal der schnee weg ist und das gras wieder wächst werdet ihr ja den ersten test sehen zu den neuen maschinen viel spaß dabei Mensch ich habe zu viele maschinen ich habe zu viele maschinen vielleicht noch so viel zu den neuen rasenmähern einer mit benzin soll sehr sehr leise laufen 90 db also das ist für den benzinmotor extrem leise und der zweite mit akku noch leiser als 90 bin echt gespannt und das als mulchmäher coole nummer sooo sehr schön so 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 so